Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am Sonntag wird es spannend. Nicht, weil in Frage steht, welche Partei stärkste Kraft wird oder die nächste Regierung anführt. Das wird die CSU sein und mit wie viel Prozent genau spielt eigentlich auch keine Rolle. Nein, spannend wird die Frage, ob wir auch künftig im Bayerischen Landtag eine liberale Stimme haben. Eine Stimme für die Freiheit, eine Stimme für die Marktwirtschaft, eine Stimme für die Bürgerrechte. Eine Stimme der Vernunft in aufgeheizten Zeiten. Und diese Frage dürfen Sie am Sonntag beantworten. Denn jede Stimme zählt und Ihre Stimme könnte am Ende den Ausschlag geben. Meine Damen und Herren, ich weiß, sachorientierte, kompetente, seriöse Arbeit, damit heizt man keine Bierzelte an. Ich weiß, mit Maß und Mitte macht man keine großen Schlagzeilen. Aber sind es nicht genau diese bürgerlichen Tugenden, Maß und Mitte, Kompetenz, Seriosität, die die Politik dringend braucht, die auch Bayerns Zukunft guttun würden? Wenn Sie das auch so sehen, dann bitte ich Sie um Ihre Stimme. Stärken Sie am Sonntag die Liberalen. Wählen Sie mit beiden Stimmen die FDP.